So, ich versuche das mal zu sortieren. Also ich bin, so wie ihr das wisst, auch niemand, der jetzt großartig über schiedsrichte Entscheidungen hier sprechen möchte. Es gab definitiv Entscheidungen, die ich anders getroffen hätte, aber das bedeutet nicht, dass es dann weniger Elfmeter gegeben hätte, wenn du verstehst, was ich meine. Und trotzdem bleibe ich dabei, das, was ich dem Schiedsrichter zu sagen habe, habe ich im Anschluss an das Spiel getan. Er weiß Bescheid, wie ich die Situation wahrgenommen habe. Und ich habe es gerade schon erwähnt in meinem Statement, ich glaube, es gab genug eigene Themen, heute genug eigene Dinge, die wir verbockt haben. Und das liegt in meinem Verantwortungsbereich und darüber werden wir uns dann unterhalten und darum werden wir uns dann kümmern.